Die Auffahrscherenhebebühne von K1, die AFL X50UF, die eierlegende Wollmilchsau. Alles, was die Werkstatt braucht, ob Fahrassistenz, Kalibrationsstand, Scheinwerfer, Einstellplatz, Achsvermessungsplatz, Annahme oder Reparatur, ob Unterflur oder Überflur, das ist die Hebebühne, die der Werkstattbetreiber braucht. Für die Überflurmontage benötigt man das Auffahrrampen-Kit mit Optikblechen von der Bühne bis zum Aggregat, um natürlich jederzeit die Hebebühne entweder für den Überflurmontageeinsatz zu betreiben oder für den Unterflurmontageeinsatz. Kann jederzeit nachgerüstet, umgerüstet werden, um natürlich die bestmöglichste Variante für den Kunden zu gewährleisten. Zwei Besonderheiten möchte ich euch hier und jetzt zeigen. Einmal das komplette obere Plateau, was auf der Hebebühne aufgeschraubt ist, ist einmal verzinkt und noch mal zusätzlich pulverbeschichtet. Und jetzt das Hauptthema, was sonst kein anderer Hersteuer bietet, ist einmal das aktive Plattform-Kit mit Spezialpolymer, das die mechanische Belastung von Polymer auf Polymer agiert. Nicht Material auf Material, was einfach die Korrosion her fördern könnte. Wird hier komplett reduziert. Weiteres verfügt die K1-Konfiguration über steckbare Querverbindungen zur Stabilisation beider Fahrschienen, um bei der Achsvermessung Genauigkeit zu gewährleisten oder auch bei einer TÜV- und Annahmebühne das Verschieben beziehungsweise Auseinanderdrücken der Schienen vermeiden zu können. Weiteres hier die Kunststoffleiste schützt das Material um Beschädigungen und natürlich die Geräuschkulisse reduzieren zu können. Hier die großflächige Schwingplatte, die zur Achsvermessung, Annahme und Reparatur genutzt werden kann. Besonders an der Schwingplatte sind noch die integrierten Kunststoffkugellager, um die mechanische Belastung für das Schwingen so gering wie möglich zu halten und auch den Korrosionsschutz unterhalb der Schwingplatte zu gewährleisten. Ganz besonders ist der integrierte Radfreiheber mit Tragfähigkeit 4000 kg Feinnivellierung, Auszug. Wenn er eingefahren ist, ergibt die Hebebühne eine komplett gerade Fahrfläche, 24 Volt Innenbeleuchtung mit geschützten Rahmen, Laufschiene für den Achsfreiheber zusätzlich geschützt mit einem Aluminiumrahmen, um die Laufschiene zu schützen. In der Kooperation mit der K1 bieten wir schnellen, unkomplizierten Service und Support über Europas größtes Herstellerlager, per Ersatzteile und Großraumprodukte und das alles am Standort Deutschland gewährleistet kurze Wege. Ein Antwerp.